Aus dem Weg, ich hab was zu erledigen Das wird jetzt ein Enrage-Mode, das garantiere ich Genau, der Biffke da, der Ironics, ist mir so auf die Eier gegangen, dass ich nach und halber durchgedreht hab Ich mein gut, eh nicht verwunderlich, ich hab mal wieder Standard probiert und kein Hardcore Und ja Schaut euch das an, die Ironics, das ist ein Wahnsinn Schemmelt sich die ganze Zeit dahinter, das verfickte Hurenauto Und dann noch sein Blitzschlag, wie es da tapert Schaut euch ein bisschen, 1 zu 4 habe ich gehabt, 1 zu 4 Ja, jetzt geht der Enrage-Mode gleich los Outrider erledigt Achtung, feindliche Blitzschlagzielerfassung aktiv, feindlicher Blitzschlag Ein Abschuss Oh, der war nice, der war nice Der hinter mir kehrt Ja, weg ist er da wieder Oh, hier ist er schon wieder, der Camper-Fotz-Noob-Ironics Da haben wir sein Teamkollegen, just of skill F-60 Burschen, das ist das immer Hardcore-Spielen, da hört man zu hoch auf zum Schießen Leider Aber jetzt geht er gleich los Armour-Reload Kommando, Drohne, jetzt! Zack, brack Die nächsten Folgen zugleich Chak, chak, chak Ah ja Zwölf Schuss im Magazin und den Hurenau, jawui Reload. Sichtpuls. Der ist mir weggenommen worden. Aber der innen habe ich. Und den in der Ecken. Und den auch noch. Da habe ich mein Hate-Delay. Jetzt werden wir schnell C einnehmen. Oh ja. Und da haben wir einen Lastkill für die Kr-Einheit. Das war jetzt einmal ein Enrage-Mode. Alles einmal richtig auf die Eier gegangen. Also für die nächste Runde Hater und Kr-Einheit. Was gibt es Schöneres? Jetzt geht die ganze Sache ein bisschen gemütlicher ab. Und da kommt er schon wieder. Das ist ein Wahnsinn, oder? Da denkst du, es geht jetzt der Chilligover und was ist? Er schimmelt sich in eine wieder. Das ist Wahnsinn. Und das Geilste ist, dass sein Emblem hat er glaube ich drinnen. Dann verkaufe deine PS4, du No-Hand. Lol. Normalerweise müsste ich reingeben. Verkauf du deine PS4, du Camperfotzer. Und schaut euch das an. Bam, schon wieder. Wahnsinn. Er hat jetzt zwar 24 zu 9, aber das ändert sich in der zweiten Runde drastisch. Und das ist jetzt der Last Kill. Bam. Und hat Zeit. Gut gemacht, CDP. Nochmal und dann nach Hause. Ja, 25 zu 10 hat er. Ja, da geht weiter. Hoppala. Nein, nichts Screenshot. Da weiter gehen wir. So. Hater, Kr. Dann hat er glaube ich, er kann mich da mit der Krone ein bisschen stören. Hehehehe. Ja, klar. Fack, krack. Nr.1. Und er hat die Kr-Einheit an. Ja, wer kommt da? Natürlich sei. Beefke, Kollege. Fertige. Naja. Der MB kann auch nicht um Fail, aber egal. Zack, zack. Reload. Schnell Alpha einnehmern. Und, danke, hab ich dir. Da hol ich die Kr-Einheit wieder. Hehehehe. Allgemeine Infanterie-Einheit in Bereitschaft Sicherung B Verbündetes Verstattung Ja, wer kam denn da? Ha 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 Ah, nice Oh, das war Bluffei, da war nicht zu viel drin Wir verlieren Bravo Autorisiere Einsatz eines Kampfroboters So Der hätte mich jetzt fast gehabt mit seinem scheiß Sturmgewehr Der hat mich leider diesmal Ja Das war ein lieber zweiter Einrage Mode Den hat jetzt eh die KE-Einheit Beide nämlich, sehr brav Jetzt hat er auf einmal schon 27 zu 15 Viel hat sich nicht mehr getan mit seinen Abschüsse Ha 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 Vierte Briefke Oh ja, nice nice Ach ja, und wenn sie das Video jetzt eh Die deutschen Freunde anschauen sollten Burschen Ich habe nichts gegen euch Aber nur gegen die Die, die so extremst campen Und die habe ich was Und der hat mich wirklich angefuckt Weil der hat wirklich immer nur in der Ecke Geschimmelt Und hat so seine Abschüsse bekommen Aber ja, wie gesagt normalerweise Ich habe nichts gegen euch Also nicht zu ernst nehmen das Ganze Mit Bücke und so Ha 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 Ja, schlecht sei Er campt immer da dringend Es ist so lächerlich Das sieht gut aus Er probiert nicht einmal Dass er seinen Bubsch ein bisschen bewegt Das ist ein Wahnsinn Das ist der Last Kill Burschen Und gebt euch das Nachhine und Bam Ha 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 Nice one Und alle verlassen das Spiel Aber das wäre mir eh klar Ja Ich habe 56 zu 15 Und er hat 31 zu 18 Nice Ah ja Auf geht Los Doesn Untertitelung des ZDF, 2020